Ach, wir sind ja hier wohl die Kackis. Warte mal. Ach stimmt, wir waren ja ein Frosch. Ja, wir sind ja ein Frosch. Ja, ja, ich wollte auch gerade sagen, wir sind ja ein Frosch. Können wir ja nicht noch irgendwas machen? Außer Geput? Nein. Hey. Das ist genau so schlimm. Hm. Was hast du denn da? Ein Frosch und durch ins Wasser. Ja, ja, ein bisschen anderes Wasser. Alter, schwierig, den zu steuern beim Hüpfen. Uiuiui. War kackt. Lol. Ich dachte, ich kann heute nicht. Heute machst du die Tode mal, ne? Hopp. Da bist du. Oh oh, die Dinger sinken, alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ich bin gleich bei dir. Ja. So. Ich bin jetzt eigentlich bei dir dasselbelear. Vielen Dank. Oh nein. Oh nein. Sind es geht auf dir? Oh nein. Oh nein. Das ist schwierig mit der Natur, ey. So zurückzuziehen, ne? Man kann kaum zurückziehen. Ja, 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 ja. Alter, was wir dann jetzt machen... Was? Ich komm mal. Äh... Wir gehen in das Wasser rein, also... Meinst du? Nee. Entschuldigung? Cody, wir müssen zusammen arbeiten. Hm. Ich glaub, das war's, oder? Ich glaube auch. Ja, ich hab's geschafft. Jep. Jo. Ja. Ja. Das Ding ist witzig. Ui. Wie schmellig. Na, ich werde es ausziehen. Auf Gunk. Oh! Da darfst du nicht drauf, den zweiten. Du musst das ja aufmachen. Absteigen, gut. Hä? Hä? Ja, wir gehen gerade nicht. Was können wir denn machen? Wie ich? Wie ich? Zeig dir doch das Symbol an mit deiner Kopfpflanze. Ah, ah! Ah. Okay. Was für dich? Ich nehme die Front. Mal sehen, was du drin findest. Meinst du auch wieder? Äh. Äh. Du musst jetzt weg. Ich bin auf dem nächsten schon. Achso. Übernächste. Da bin ich schon. Ne, da steh ich schon. Ja, den ja. Hopp! Nächste wieder. Nächste. 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 Jup! Bin da oben hier. Kann ich hier wieder absteigen? Ja. Oh, da muss ich drauf. Scheiße. Der hätte sich drauf gemusst. Er kommt ja wieder runter, guck. Ich sei so dumm. Ich werde wieder runter. Wohooo! Es blüht! Geh raus, Purple Crap! Ihr jardin ist schön, Cody! Oh, wow! Schau, schau, schau mein jardin! Das ist fantastisch! Hier ist was, hier ist was! Oh, nein! Ah, hier ist ein Schneckenrinn! Schneller Schneckenrinn, ne? Schneckenrinn! Was? Zusammendrücken? Zusammendrücken? Keine Ahnung! E-Shift? Du Scheiße! Ach so! Ah! Ach so! Ah! Nein! Alter, was? Schwierig! Mein Link gar nicht! Du musst richtig lange drauf halten! Ach so, andersherum! Ach so! Nein! Oh! Der holt jetzt! Warum ist denn das andersherum, Alter? Ich stehe hier auch nicht! Oh! Ich komm voll nicht mit der Steuerhunkler! Ach komm! Lol! Du bist toll, Schneller! Du schaust wie eine schlauhe! Was ist dein Schneller? Ja! 53 zu 0! Ja! 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 Eine ist so selbster, die da sind! Ne! Steh dich mal drauf! Steh dich mal drauf bei mir! So! Warte! Das schaffe ich aber noch nicht Ah, ich kann dich spannen Warte jetzt Ui Hä? Achso, der ist voll Hä, warte mal, welchen muss ich voll machen? Achso, ich muss das für dich Du musst kommen, du musst hochkommen Ich mache ja für dich diese Dinger hart Aber du musst dich beeilen, die gehen immer Ja, so jetzt rot Daneben Das dauert, das dauert Wieder gelb Nicht blau, gelb Rot Äh, jetzt wollte ich einmal blau Oh, jetzt kommt der Dachboden Ah, oh Gott Oh, jetzt kommt der Dachboden Oh, oh Oh, oh Es ist wirklich überall Aber wir sind so nah Ja Habe, Joey Wir sind fast da Oh, oh Oh, oh Hey, Mae! Wir haben hier ein bisschen mehr purple-Gunk. Es ist wirklich magisch, sehen Sie sich alles zu entwickeln. Danke, Mae. Siehst du? Das ist warum ich die Garten liebe. Oh nein! Loll! Oh, das Riesending. Hier ist wirklich eine Pipi-Pan. Oh, das ist gefährlich. Echt? Wir haben schon die Buntöpfe irgendwie. Ja, unterweiten lassen oder so. Warte, hier kann ich was machen. Loll! Loll! Warte mal. Ne. Achso, du kannst drüber? Ach, scheiße. Hier brauchen wir ja wieder das lila Zeug, dann muss das lila Zeug wieder weg. Achso, hier mach ich jetzt da drüben. Was ist denn hier los? Wie kannst du dich verwandeln? Ich kann nicht Strom geben? Habe ich beide Stromdinger angemacht? Wir können ja, wenn wir das echt gleich schnell durch haben, fragen, ob einer Lust hat auf Pumy-Party. Ich hab doch eh nur dieser Saturn-Dings. Pumy-Party ist aber nicht so schlimm mit dieser Saturn. Aber Fallgeist ist, glaube ich, schwer mit dieser Saturn. Musst du alles wieder voller Blumen machen, ne? Dann geht das Ding wahrscheinlich wieder auf hier. Ja. Oh, du willst mehr? Get out of my way! Ja, stay down! Oh, jeez. Das ist die andere Seite noch. Das heißt, wenn wir da morgen oder übermorgen gleich einen Controller kaufen für diese Gamel Games. So, was? Achso, muss ich mich hier auch verwandeln? Ja. Ja. Ja, hol dir den, den ich geholt habe, 17 Euro. Das ist der Pelligste bei mir, der macht. Der ist geil. Komm nicht nach Mediam, auch. Ja, kann ich da hinkommen. Vielleicht geht's ihm ja bei Amazon auch. Ja, bestimmt. Oh! Ich glaub, das war richtig. Warte! Ich hab ihn gerade nicht. Jetzt hab ich ihn wieder. Warte! Geht er jetzt wieder? Jetzt wieder? Ja. Warte! Hm, da hinten ist noch einer. Der wagt hier rum, oder? Ja. All right. Let's get rid of the infection. Also, man kann an die Punkte verschwingen. Ich glaub, wir müssen da oben auch lang an den Blut dazu. Nee, du nicht. Glaube ich nicht. That's it. We're down to the last one. You care to do the honors, mate? Ready to be you all. Es ging ja einfach. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Oh, Leute, über uns. Die werden ja noch im Hinbucess aus. Ah, hoi! Oh nein... Nein, nein! Joy! Baby, wir sind zu schnell ... Weitze! Bitte nicht, Cody Wait. Be careful. Oh, ich bin in命! Du bist hier leid! Es ist okay. Wir sind hier, um Hilfe zu helfen. Es ist Cody. Und du wenschst mich? Was muss man tun? Ah, ich muss die so wegpumpen. Vorsicht. Ich muss das wegwaschen. Hab ich? Ja, mit mir tun die ja nichts. Ich kann die einfach wegpumpen. Aber das auf dem Boden meint ich. Du darfst da nicht rein. Du darfst da nicht rein. Ich darf da ruhig rein. Mir tut das nichts. Oder? Ah, doch. Oh, fuck. Hier ist das überall, Alter. Mach die weg. Ich hab gerade keine Schwierigkeiten hier. Oh, jetzt bin ich frei. Oh nein, ich bin frei. Ich will wieder Tomate sein. Verwandle dich. Gib mir ein bisschen Wasser hier. Ich werde versuchen, Joy zu schnappen. Oh, ich bin sie. Hey! Ach so, ich muss da. Ich werde hier sein. Ich werde dich schnappen, Joy. Ich werde dich schnappen, Joy. Ich versuche es. Oh nein. Ich werde das mit ausreichen. Oh, oh. Was? Yo, alles klar. Oh nein... Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, ich bin ein Depp, Alter. Beide. Ja. Ich glaub, das dauert ein bisschen, bis wir das geschafft haben. Ja, einer muss immer überleben. Naja, haben wir ja gerade gesehen. Jetzt war es so blöd irgendwie. Wo war denn da der? Ja, die freie Zone hier hinten, ne? Ach, Mann, Alter. Du auch. Scheiße. Eieiei. Wo war denn die freie Zone? Ganz hinten? Ja, das ist schon ganz... Das ist schon ganz kitsch, ja. Am Anfang geht's ja noch. Mhm. Man kann sich die Reihenfolge merken. Ja, jetzt mal. Aber ich weiß nicht jetzt wo. Ey, Boss! Ich stand doch gar nicht dran, Alter. Ich komme, ich komme, ich komme. Nein! Oh Gott sei Dank. Oh Gott sei Dank. Das wird gespeichert. Glück Gott sei Dank. Ich kann da nicht flitzen, wenn das Zeug da ist. Ja, warte, ich komme. Ich mach dir die Teile hier weg. So, jetzt. So, hab ich den ersten ab. Warte. Ja, mach mal weg. Oh, danke. Den hab ich auch. Da hinten ist noch ein Vieh. Mach ich. Hab ich. Hinter dir. Mach ich weg. Mach ich weg. Ja, geht ja nicht. Mach mal. Ja, nehm ich den zuerst. Ah, ne, jetzt hab ich den zuerst. Okay, ist egal. Okay. Oh, ne, er hat mich. Ich hab's geschafft. Dann hat mich weggepumpst. Warte. Wasser. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Du bist stark, Joey. Hä? Du musst den Kopf hoch. Ja, hinten 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 hinten. Ja, ja, ich drücke schon die ganze Zeit. Ja, ja, ich drücke schon die ganze Zeit. Lul, war ja eben schon gar nicht so schlecht. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh nein. Natürlich, weil der so schleifender ist. Ach du Scheiße. Geh mal auf die Schatten. Ja. Nein, nein, nein. Oh, ich springe genau. Ich wusste es. Das ist immer die Mitte. Das ist am einfachsten. Ja, ja, ja. Dort, komm! Alles knapp. Leute, da geht sogar weg, der eine. Das war jetzt nicht so schwierig. Tor gewonnen! Vor viel Zeit drauf. Was bist du jetzt? Gefährlich. Gefährlich. Soll ich tatsächlich nicht. Du kannst an den einen ran? Ja, 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 ja. Wenn nicht auf dem Weg. Ja, ja, ja. Habe ich. Ah. Du musst doch nicht. Du musst doch nicht. Was habe ich nicht? Mann, was ist die? Drei Dinge muss ich immer hinten, ja. Habe ich. Habe ich. Ui. Oh, ich räume mal Wasser ganz schnell. Ich bin hier an einer ganz blöden Stelle. Habe ich. Jo. Ich bin hier. Ich bin hier. Mein Gebirge ist mir noch. Du wirst meine Brady- Du wirst die Menschen auch noch viel Zeit bekommen. Sie sind froh. Hey! Finish it off! Yay. Wow. Es ist schön. Es ist wirklich. Joy! Joy! Are you okay? I am now. Thank you. Oh, don't thank me. I should have taken care of you. I'm sorry. No. I'm sorry. I didn't understand how important it was for Cody. I do now. That's good. But it's not your fault Cody gave up on being a partner. But aren't partners supposed to encourage each other? How was I supposed to keep going if she didn't believe in me? No one can take your dream from you. Unless you give it up. It's all up to you. Will you give it up again? Oh no... Yeah? Then... We should be coming. We shall reveal things. We should be ready to go to your body. We should be ready to go to your body and fix it. We should be ready to bring you the body. Du mal Latzose da. Echt? Tato? Das wird den Vater glücklich machen. Er liebt Blumen. Wieso haben sie einen kleinen Potter gerettet? Wie sieht denn der Garten aus? Was ist das? Oh nein. 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 Das war's. Das war's. Schau, ich will nicht nur ein einzigartig sein. Ja, du kannst! Nein! Schau, du kannst du das weg? Mei, du bist großartig! Sie sicher macht, Cody. Und du kannst du sie wieder finden. Die haben die Kinder an. Ja, die haben die Kinder an. Ich hab nichts.